Hallo, ich bin Matti Bolte aus Bielefeld, bin 31 Jahre alt und in der Grünen Landtagsfraktion kümmere ich mich um Netzpolitik und Datenschutz. Ich bin bei den Grünen, weil die Grünen für mich eine Freiheitspartei sind, weil wir die Privatheit der Menschen schützen vor unverhältnismäßiger Überwachung, weil wir für Transparenz sorgen und dafür, dass sich alle Menschen frei verwirklichen können. Ich kämpfe dafür, dass alle Menschen in Nordrhein-Westfalen vom digitalen Wandel profitieren können. Für neue Geschäftsmodelle durch die Digitalisierung, dass es mehr politische Beteiligung gibt und dass es bessere Verwaltung in NRW gibt. Ich bin leidenschaftlicher Hobbykoch und wenn ich wirklich mal Zeit habe, dann stehe ich gerne einen ganzen Tag in der Küche, lade mir Freunde ein und koche für die dann ein schönes Menü. Und um das dann wieder abzutrainieren, laufe ich sehr gerne. Zweimal habe ich einen Marathon schon geschafft und ich hoffe, dass es auch bald einen Dritten geben wird. Meine Vision ist ein smartes NRW, aber vor allem eine offene Gesellschaft, der es nicht darauf ankommt, wo man herkommt, der es egal ist, wie viel Geld die Eltern haben oder wen man liebt, sondern dass es ein Land ist, in dem alle gut zusammenleben können.